Hallöchen, hier ist der Guzua wieder. Jetzt kommt das Video, was ich ja gerade schon angesagt habe. Also ich bin mit meinem Spiegel fertig, nee Spiegel mit der Lampe da, die ich da angebaut habe. So, und jetzt kommt hier natürlich wieder ein bisschen was Free und Real Stuff. Also heute, 1.10. es ist Donnerstag. Wie gesagt, klar, war das natürlich eine, wie soll ich sagen, was heißt Fail-Nummer? Es ist halt nicht anders, wirklich mit Clan-War-Action ist halt echt ein bisschen doof, wenn man das halt eben vorproduziert. Wie gesagt, nochmal, ja, ich produziere vor. So, deswegen ist halt immer ein bisschen doof, sorry dafür. Jetzt gucken wir nochmal kurz in meinen Zweit-Clan rein, in meinen Zweit-Account. Läuft eigentlich auch ganz hier, das war auch ganz nett eigentlich, finde ich, das ist gar nicht so verkehrt. Gucken wir mal rein, schauen wir uns mal an. Ähm, ja, der hatte ganz, ganz nett was. Aber ist halt eben auch dead base und fertig. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ich baue ja jetzt zum Beispiel auch wieder schön die Drachen aus. Äh, beziehungsweise nicht aus, sondern ich baue sie, weil ich halt wirklich zu viel Alex habe. So, ich dachte mir, oh, was machst du mit dem Alex, stellst du das eventuell raus ans Rathaus? Hm, könnte man machen halt, dass nicht jeder mein Gold nimmt und so weiter und so fort. Da hatte ich, hm, okay, könntest du machen. Und dann dachte ich auch, naja, eigentlich wäre es halt noch besser. Du baust fette Truppen, dann ist das Alex weg. Und du kannst dann halt gleich was machen. So, jetzt gucke ich mal gerade. Aber so, ich glaube, das ist zu weit. Das ist, glaube ich, zu weit. Ja. Schade. Ja, ja, den kann man hier. Hier, hier, das Ding war mega nice. Das war echt ein mega nice Shit. Der hatte irgendwie 500k von beidem, glaube ich. Und ich wollte halt wirklich nur das Gold und kriege einfach nochmal zwei noch was im dunklen Bereich, wo ich echt sage, das ist ja nicht mein normaler Account, wo es ganz normal ist, wo ich halt 2k ziehe. Und das ist halt echt mega, mega cool. Das ist richtig nice. So, also wie gesagt, von daher bin ich mit den Drachen gut dabei. Also, wenn ihr halt eben auch kurz vor, ich meine, ich bin ja noch nicht mal kurz vor Maxed Out, aber wenn ihr halt eben wirklich zu viel Elixier habt, haut nicht einfach nur Bogies raus, sondern sagt euch gut, okay, komm, richtig gute Truppen, wo ich halt eben auch ein bisschen was vernaschen kann. Jetzt will ich natürlich logischerweise was anschieben und ihr sollt natürlich dabei sein, klar. Ich muss mal gucken, theoretisch könnte ich Tesla upgraden. Hier, guck mal, das gefällt mir jetzt schon mal richtig cool. Magiaturm 6. Das ist in Ordnung, das muss auch sein. Ich könnte theoretisch den nächsten, deshalb hätte ich auch wieder zweimal Fläche. Ist nicht so lustig. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ist natürlich aber schön teuer, also beziehungsweise eine schöne teure Sache, die man dann gleich wieder weg hat. Das ist aber auch ganz nice. Ich will jetzt erstmal in die Mauern, aber ja, habt vollkommen recht, in einem Kommentar wurde nämlich mal gesagt, hey, pass auf, selbst wenn du jetzt auf Rathaus 9 gehst, kannst du ja die 7er Mauern trotzdem noch nicht mit Alex bauen. Vollkommen richtig. Und das ist halt irgendwo auch, wo der Frosh die Locken hat, aber man muss dazu sagen, wenn man dann wiederum, na, nee, nee, das wird, da kommt man nicht auf den grünen Zweig. Man könnte die, die man dann schon auf 8 hat, wenigstens schon mit 9 auf Alex hochziehen, klar. Aber mehr nicht, die 7er Mauern, da kommt man halt nicht weiter. Da muss man halt noch Gold für ausgeben. So, jetzt genug gequatscht. Zweieinhalb. Tesla könnte ich schon machen, echt. Noch irgendwas, was schnell geht, habe ich nicht wirklich, weil, naja, bloß da ist auch nur noch ein Tag, das geht. Bloß der Buggy-Turm musste einfach, der war noch richtig low. Ach kommt Leute, was sollt, wir hauen die nächste Tesla an den Start. Und dann machen wir mal kurz einen Cut. Bin gleich für euch da. Und da bin ich wieder. Und mehrere haben es richtig erraten, beziehungsweise ich wusste es halt eben echt nicht. Ich guckte mir die Base an, wo waren meine Mauer halt. Und ich dachte mir, ey komm, das ist doch echt eine coole Nummer, kann man einfach mal fragen. Und manche haben es, also jetzt, wenn ich jetzt genau hingucke, ich weiß ja jetzt, wo sie ist. Wenn ich jetzt genau hingucke, sehe ich auch, wo sie ist. Aber andere haben, der eine hatte mir den Tipp gegeben, also das ist eine super Sache. Einfach das Base-Layout ändern, dann seht ihr es halt auch. Klar, dann könnt ihr halt die Mauer upgraden und fertig. Oder, was natürlich auch eine ganz easy Geschichte ist, ist natürlich wirklich euch, ich habe ja zum Beispiel zwei Accounts. Ich hätte mir von meinem anderen Account einfach nochmal auf meine Base raufgucken können. Und dann hätte ich die fallen, wenn ich in einem anderen Clan gewesen wäre, hätte ich die Fallen ja nicht gesehen. Und dann hätte ich das eben auch machen können. Aber, hier, es haben mehrere Erraten. Ich zoome mal richtig schön ran. Da sieht man sie. Da sieht man, es ist kein Totenkopf. Und deswegen habe ich die auch noch nicht upgradet, weil ich hatte dann woanders, ich glaube, die hier habe ich dann gemacht. Die habe ich dann erst noch kurz auf 9 gemacht mit Alex und dann mit Gold auf 10 geballert. Und von daher passte das ganz nice. King ist noch am Pen, der ist dann bald 25. Und dann würde ich halt wirklich überlegen, mir eine coole King-Strategie rauszusuchen. Und dann würde ich damit halt ein bisschen weiter swaggen oder hustlen oder wie auch immer. Aber momentan ist halt noch die Queen mega geil. Ich zeige euch gleich auch nochmal einen Griff von der Queen. Gucken wir mal kurz rein, was ich jetzt hier noch so... Der war auch mega nice. Leute, der war directly in their face from the Gegner. So sieht es aus. Bitte, Hashtag, directly in their face from the Gegner schreiben. So, der war geil. Geben wir uns mal kurz. Folgende Sache, Loot Attack. Und ich dachte mir, was machst du? Also klar, der hat natürlich innen drin die Sammler. Ist natürlich mit Bartsch, sage ich jetzt mal, nicht unmachbar. Klar, kriegt man auch hin. Aber ist natürlich schon schwieriger als eine normale Dead Base. Fertig. So. Und ich dachte mir, kommt Leute, was geht? Der Gusor nimmt's. Klar, logisch. Erstmal guckt hier ein bisschen außen gecleared, dass die halt wirklich nicht so auf was anderes geht. Und es ist halt wirklich, wirklich wichtig. Also Hondo sagte das halt auch und andere eben auch noch in dem Video dann. Das war richtig geil. Guckt mal gleich. Ich droppe nochmal. Genau. Hier kommen nochmal Mauerbrecher. Die sind bis nach oben durchgelaufen. Das hast du echt selten, dass die mal wirklich so geil laufen. So. Aber mit der Queen müsst ihr halt wirklich drauf achten. Die geht halt wirklich auf das, was ihr am nächsten liegt. So. Das Ding. Dann wird's jetzt höchstwahrscheinlich danach das Goldlager sein. Ah, okay. Ja, das ist ein bisschen. Aber so in der Mache im Normalfall. Das ist halt so dann das Nächste, was halt gehen wird. Jetzt wird's dann nicht auf die Luftabwehr gehen, sondern ich würde mal denken auf einen der Minenwerfer, wa? Ja, genau. So. Und dann ist halt wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel da den Jump gedroppt hätte, wäre sie nicht rüber gesprungen, weil die jumpt nicht einfach rüber und sagt, gut, okay, hallo, hier bin ich, sondern die macht natürlich erstmal das kaputt. Dann hätte sie den nächsten Minenwerfer gekillt und dann hätte sie vielleicht gesehen, ach, da ist ja irgendwas anderes, was noch ein bisschen dichter dran ist und schon wäre sie nicht mehr gejumpt. Und deswegen sehe ich das mit einem Jump als totale Fail-Investition, den mitzunehmen. Sehe ich ganz ehrlich so. Hier oben hatte ich noch Mauerbrecher, den hatte ich dann nochmal oben reingeballert, dass ich halt den Riesen reingedonnert habe und ich musste halt irgendwie an die Sammler kommen. Ganz klare Geschichte. Und dann hatte ich, glaube ich, Magier sogar noch in der CB. Das lief ziemlich nice. Und die waren jetzt aber auch down und musste der Heiler halt durchfliegen und ist dabei, glaube ich, auch down gegangen. Also das war jetzt nicht weiter wild. Hier noch ein Rage gedroppt, weil es mir von der Zeit her sonst zu knapp geworden wäre und ich dachte mir, komm, hey, der Loot ist deiner, der Loot ist einfach mal deiner, fertig, aus. Gut, wahr. Und danach abgebrochen und war das Ding schick. Also, wie gesagt, das ist nicht nur eine Taktik, um zu sagen, gut, okay, ich gehe jetzt immer in den Mittelpunkt der Base und wenn ich eine Dead Base finde, kann ich sie halt gar nicht angreifen. So ist es nicht. Ansonsten würde ich euch natürlich auch gerne noch zeigen, was man eventuell nicht angreifen sollte. Ich gucke mal, ob wir das noch finden, sage ich mal, wo ich dann sagen würde, ah, nee, die würde ich nicht nehmen. Die könnten wir hier eigentlich nehmen, weil das Dunkle steht noch trotzdem relativ dicht an den Mauern dran, ne? Und hier kommen wir sogar ganz dicht ran. Oh, eine Riesenbombe. Oh. Ich wollte schon sagen, nicht, dass ich jetzt hier mega auf die Fresse kriege, aber das passte. Kurz mal hier Mauerbrecher-Action hier Start. Einwandfrei, wir sind dabei. Und jetzt hier natürlich rein. Und bumm. So, und das war's schon. So, da kann sie nicht mehr hin, weil sie einfach wirklich zu weit weg ist von den Sachen. Die anderen Sachen sind halt einfach dicht da dran. Und das ist ihr halt wirklich das Heiligtum. Alles, was ganz dicht dran ist. So. Jetzt muss ich aber gucken, wenn sie jetzt das hier kalt macht, dann da hin und dann auf einmal nach außen geht. Muss man halt auch im Sichtfeld haben, sag ich mal. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie draußen was clearen können. In dem Bereich. Ich würde den gern weghauen. Aber ich glaube, sie interessiert sich schon für das Innere. Aber hier, genau. Jetzt, wenn der... Oh, sehr geil. Dann ist der weg. Dann kann sie nur noch nach drinnen gehen. Einwandfrei. Mein Mädchen. Läuft bei dir, Keule. So, jetzt hauen wir hier noch ein paar Mauerbräsche raus. Einwandfrei. Geil. Hätten wir gar nicht machen müssen, theoretisch, weil ich würde mal sagen, die holt sich trotzdem das Dunkle. Aber so hat man halt eben noch die Möglichkeit, dass sie so direkt reingeht. So, gucken wir mal. Wollen wir draußen noch was clearen? Ja, wir wollen noch. Egal, wir haben Barbaren. Die können wir auch noch raushauen. Ich habe das Handy auf lautlos gemacht. Nur mal so nebenbei. So, jetzt ist gleich das Dunkle dran. Ja. Geil. Tesla wird von da einwandfrei. Schön. Kümmern die sich drum. Ist eine coole Nummer. Kriegt die Queen nicht so doll auf den Sack. Einwandfrei. So, jetzt zoomen wir hier wieder ein bisschen ran. Und bitte denkt da dran. Das ist ein Live-Angriff. Also, das ist halt eben nicht so, naja, hier, ich habe hier jetzt immer ein Gameplay, wo ich ganz genau weiß, das klappt. Sondern ich gehe halt eben die Gefahr ein, dass das Ding halt komplett fehlt. Klar. Und fertig. Jetzt habe ich keine Fläche mehr. Kann ich sie ragen. Weil die Bogies dann nicht gleich down sind. Im Normalfall. Im besten Fall. Aber das hat man so oft, dass wirklich du raged und holst damit halt wirklich die gesamten Fallen im Umkreis raus. Zack. Springen auf einmal die Skelettfallen an. Sagst ja auch, hm. War das jetzt sinnvoll, die zu ragen? Aber gut. Passt auf jeden Fall. Ich hoffe mal, Lichtverhältnisse sind gut. Sollte eigentlich passen. Greenscreen sollte auch wieder sehr chillig dabei sein. Und dann ist das nice hier. Gold nehmen wir natürlich noch mit. Das, was wir kriegen können, nehmen wir. Aber jetzt würde ich zum Beispiel auch kein Rage mehr droppen. Klar. Weil das einfach fertig wäre. Und dann, warum soll man da dann noch irgendwie LX wasten? Das ist Quatsch. Ich trinke mal einen Schluck kurz. Oh, Klanburg. Sehr gut. Die ist noch ein bisschen voll. Aber auch nicht von der Masse her. Da war nicht viel. Aber guckt mal. 1,7. Einwand frei. Sogar noch 110. Im LX-Bereich. Einwand frei. Hauen wir hier nochmal kurz Truppen raus und fertig. Und dann würde ich sogar sagen. Gehe ich mal mit meinem Hauptaccount raus. Und gucke mir da mal noch ein paar Videos an. Das machen wir so. Aber das seht ihr im nächsten Video. Ihr haut rein. Ciao, ciao.